Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Yves Eigenrauch ist ja ein sehr sehr spezieller Typ, unser ehemaliger Spieler und Eurofighter hat auch mittlerweile ein sehr dissenziertes Verhältnis zum Profifußball. Auch deswegen war er vor 5 Jahren bei dem 20 Jahre Eurofighter Jubiläumsspiel, was auch gleichzeitig ein Abschied für unseren Trainer Hübsch Stevens war, nicht mit dabei. Denn damals ging ihm die totale Kommerzialisierung im Profifußball auf den Keks und er sah in dem Spiel keinen Sinn für sich. Nun, 5 Jahre später war er mit dabei beim 25-jährigen Eurofighter Jubiläum, die im letzten Bundesliga-Heimstieg gegen St. Pauli gefeiert wurden. Zwar bemängelte er, dass er mit seinen ehemaligen Mitspielern keinen privaten Moment hatte, weil er eben sich immer im öffentlichen Raum befinden musste. Von der jüngsten Entwicklung und dem Aufstiegserlebnis zeigt er sich dennoch aber extrem positiv beeindruckt. Für mich war das ganz, ganz großes Kino. Da passte einfach alles. Ein Dramaturg am Theater hätte das nicht besser schreiben können, sagte Eigenrauch im Interview mit Spox. Das war perfekt. Dass das nach dem 0-2-Rückschau noch so geklappt hat, ist echt kaum in Worte zu fassen. Ich bin dankbar, dass ich das miterleben durfte. Der Abstieg einer zuvor war nämlich einfach nur zur Kenntnis genommen. Aus der Distanz heraus war schwer, so ein Gefühl zu bekommen, welche Richtung es jetzt geht. Wenn ich versuche, mein Urteil zu bilden, brauche ich konkrete Sachen. Das war nicht möglich. Ich habe jahrelang aber nur den Kopf geschüttelt, wenn ich manche Sachen mitbekommen habe, sagte Eigenrauch, der derzeit Privatiers und den für ihn richtigen Job immer noch nicht gefunden habe. Jetzt scheint Schalke in der personellen Besetzung auf einem guten Weg zu sein. Man versucht das Alte, negativ aus dem Verein rauszukriegen und positiv zu denken. Er selbst habe aber wohl noch seine Probleme damit zu begreifen, dass sich anscheinend bei uns wirklich vieles auch nachhaltig verbessert habe. Denn man habe vorher einige Leute einfach zu lange gewähren lassen und damit seien nicht nur Clemens Tönnies oder auch Peter Peters gemeint. Für mich persönlich ist das relativ schwer, weil ich immer denke, da muss doch ein Haken sein. Das ist manchmal schon ein bisschen erschreckend für mich persönlich. Ich suche noch nach dem Haken, auch wenn ich mich natürlich freuen würde, wenn der Verein wieder in eine Situation kommt, in der man sagen kann, da sind welche, denen kannst du glauben. Die machen nicht nur Business, sondern lieben den Sport und das nicht nur als Buchstaben auf einer Werbetafel. So also Yves Eigenrauch. Also, er glaubt, dass das neue Schalke womöglich keinen wirklichen Haken hat, aber er sucht zumindest noch danach, ob es doch noch was Negatives gibt nach der letztjährigen Entwicklung. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anna Lüschalka.